Mittlerweile ist es das, was man als Model casten würde. Oh yeah, little red hot pants, I'ma show you what I mean, baby. Aber vielleicht haben die auch rausgefunden, dass die Kinder von damals einfach Traumas bekommen haben. Willkommen im Salon Prestige. Top 3 Kinderfilme von früher, die euch geprägt haben oder immer noch begleiten. Die Vorstandkrokodile. Die Vorstandkrokodile? Es ist nicht eure Generation, es ist meine Generation. Und es waren meine Kindheitsheldin. Hast du einen Charakter, der dich geprägt hat daraus? For sure, Yorgo, das ist Javidani Mani, das ist ein Landsbruder, weil er ist auch Iraner, habe ich jetzt gerade rausgefunden. Und er ist einfach ultra funny. Ich kann mit Vorstandkrokodile so gar nichts anfangen. Ich kenne überhaupt gar keinen Charakter davon. Was wäre denn dein Kindheitsfilm? Also ich glaube, unser Pendant dazu ist halt wilde Kerle. Das wäre auch deine Entscheidung? Seid ihr Team Jimmy oder Team Wilson-Gonzalez-Ochsenknecht? Boah, Wilson. Ich habe mal gehört, da sieht man ein bisschen ähnlich. Du warst Team Wilson? Du siehst ein bisschen aus wie Wilson. Das ist kein Kompliment. Doch, ich finde, der ist kernig so. Als er 13 war, war es kein Kompliment. Mittlerweile ist es das, was man als Model casten würde. Ja, weil er einfach so, er sieht wasted aus. Ja, also mittlerweile, ich habe den halt in einigen Musikvideos gesehen von Regisseuren, die ich super geil finde. Der hat ja auch, du machst jetzt Schauspieler auch schon, also Nachtmarke dreht. Ja, zum Beispiel. Also der ist auf jeden Fall mehr am Start gerade als Jimmy Blue. Ich habe Jimmy Blue mal getroffen, das war aber schon einige Jahre nach, wilde Kerle. Und Pauline war mega der Fan von Jimmy Blue, der hat ja auch Musik gemacht. Leon. Ja, genau, Leon. Leon, gib ab, Mann! Ja. Der hat ja diesen Song gemacht, diesen Oh, little red hot pants, I'ma show you what I mean, baby. Und ich habe ihn auf diesen Song angesprochen, weil ich dachte, ich meine, das ist voll cool. Ich habe gesagt, ey, der kann meine Freundin, die liebt dich, little red hot pants. Und der hat mich einfach nur angeguckt, ums Gegang. Echt? Also der hat mich wirklich so literally ignoriert. Also es war in so einer Runde und ich glaube, also es war ihm einfach unangenehm, weil es ist, glaube ich, nicht so eine Zeit, die er abfeiert. Weiß ich nicht. Das hat sich aber auch, ich erinnere, die Zeit, in der Jimmy Blue Ochsenknecht das getan hat, diese Musik. Stell dir vor, du heißt Ochsenknecht mit Nachnamen. Also Vorname, egal, aber Ochsenknecht. Nein, das kann ich ja, also. Spaß, Spaß. Der Vorname ist scheiße. Normal. Aber ich habe das Gefühl, dass in der Phase der Uwe kam und meinte so, Jimmy, wir machen was aus dir. So hat sein Agenten angerufen und gesagt so, ja komm, mach mal hier irgendwie so was, was, was Justin Bieber mäßig ist mit ihm. Und dann haben die den Arm Jimmy dahingestellt. Ich habe sowieso das Gefühl gehabt, nach Wilde Kerle haben die Jimmy genommen und einfach immer so ins Bild gestellt, so um aus ihm so einen Kinderstar Scheiß zu machen. Und ich glaube, dass das ihm nicht geholfen hat. Ich glaube, der hätte andere Entscheidungen getroffen, weil die Projekte immer dafür gesprochen haben, dass da jemand mit Marktbewusstsein hintersteckt. Für mein Gefühl. Oder er fand es halt in dem Alter selber auch cool. Aber wir sind voll von der Frage abgekommen. Back to the movies. Ah ja, true. Dschungelbuch ist einer von den dreien auf jeden Fall, weil also der Film ist supergeil, das ist so ein Happy-Vibe und die Musik ist einfach, also ohne Scheiß, Disney-Filme heutzutage haben die noch so jazzige, geile Musik. Das weißt du gesagt, das ist so ein Happy-Vibe, aber das ist halt genau das Ding bei diesen alten Disney-Filmen, dass es nicht immer Happy-Vibe ist. Könnt ihr euch an die Einstellungen erinnern, wie Baloo am Boden liegt von Shirkan zerrissen und es ist dieser Lichtkegel auf ihn rum und es regnet und es wird einfach den Kindern gesagt, ey Baloo wurde gerade vom Tiger zerrissen, der stirbt gerade. Und Mowgli rennt hin und weint und ist voll aufgelöst, das würdest du heute in keinem Kinderfilm mehr sehen. Ja. Ja. Das ist mega. Spoiler. Also wenn ihr den Film bis jetzt noch nicht gesehen habt, dann habt ihr eh verloren bei mir. Finde ich super spannend. Ja, mega. Das fehlt mir extrem. Das passt leider auch ein bisschen in unsere Zeit, so dieses Watte überall, so für jeden eigentlich und gut, gesellschaftlich kann man dann drüber schnacken, aber im Film ist es echt schade, weil ich glaube, jetzt, guck mal, es ist dein Lieblingsfilm nach wie vor, so und vielleicht ein Kind jetzt nicht mit einem Splatter zu konfrontieren, ist sinnig, aber damit, dass es auch mal schief gehen kann. Texas Chainsaw Massacre. Ja, oder Human Centipede muss man nicht gucken mit viel. Nee, auf jeden Fall. Weißt du, dann, mit viel geht es aber Texas eh nicht. Aber dann wirst du auch, du wirst mit den Themen konfrontiert, auf jeden Fall. Ja, und ich meine, er kommt ja auch wieder, weißt du, er steht ja wieder auf, Spoiler-Alarm nochmal. Aber es ist alles gut und, aber dieser Moment, ich erinnere den zu keinem Zeitpunkt als schockierend oder negativ prägend oder whatever. Es ist einfach heavy impact. Ja. Ja, und wunderschön. Es ist ein wunderschöner Film und durch die Fallhöhe, durch diese Berg- und Talfahrt durch den Film. Du brauchst es ja. Du brauchst ja das krasse Tief auch einfach, um das krasse Hoch wieder zu haben und das schaffen die Filme. Aber ich glaube, das ist auch heute einfach nicht mehr so krass so. Aber vielleicht haben die auch rausgefunden, dass die Kinder von damals einfach Traumas bekommen haben durch diese Filme, teilweise. Also ich habe echt einige Gespräche auch mit Freunden geführt und es gab so Charaktere, die, also für mich ist es halt nachhaltig, die Hexe von Schneewittchen. Ich kann kein Bild von ihr sehen. Er konnte nicht schlafen mit Tür zu. Ohne, ja. Mit Tür auf. Mein ganzes Leben. Nein, 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 Tür musste immer auf sein. Echt? Ja, 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 Tür musste immer auf sein bei Alex damals, weil er Angst hatte, dass die Hexe kommt. Ja, safe. Ich bin immer zum Klo, aber an der Wand entlang gelaufen, damit sie meinen Rücken nicht grabben kann. Ja. Also so extrem war das. Und die Toilette habe ich immer so gespürt, bin ganz schnell weggerannt, damit die Hand nicht aus dem Klo kommt und meinen Klo greift. Mit ihren Hexennägeln. Ja, keine Ahnung, das sind halt so Kinderlose. Ich hatte Angst vor der Schlange bei Harry Potter. Wir hatten ja bei uns zu Hause so eine Treppe gehabt, die runter geht und die geht so um die Ecke und ich dachte immer, dass die Schlange da so rausschießt und mich auffrisst. Aber das gehört dazu. Ich meine, das prägt uns und das prägt unsere Ängste. Und was wären wir ohne Ängste, oder Leute? Hast du auch so einen Charakter, der dich abgefuckt hat? Ich habe keine posttraumatische Störung, aber welchen Film habe ich nie zu Ende geguckt? Sowieso. Posttraumatisch. Roxana hat ein absurdes Talent und zwar ist sie Synchronsprecherin, unter anderem auch bekannt als Findus aus dem Film Petterson und Findus. Die kleine schwedische Katze, Kata und Roxana ist die Stimme davon. Diese Iranerin hier neben mir, Alter. Ich habe das sowieso extrem gefeiert, dass dieser schwedische Kata von einer weiblichen Iranerin gespielt wird. Sehr erstaunlich, dass die spricht so gut Deutsch. Und ich habe halt ab und zu in der Para-WG hat sie halt so ein paar Voices aufgenommen und ich dachte mir, wer chillt da gerade in diesem Zimmer ab, weil es ist wirklich eine komplett andere Stimme. Also man erkennt Roxana nicht. Unser neues Haus ist so toll. Hinter meiner Tapete wohnt ein Einhorn, das mit Frau beschwacken kann. Komm, Petterchen, spuck mir auf die Füße, dann siehst du, wie ich tanze. What? Wow. Applaus. Ich finde es so abgefahren. Spuck mir auf die Füße, dann siehst du, wie ich tanze. Ja, sie ist so, ähm, und wenn ich mir auf die Füße spucke, dann kann ich plötzlich tanzen. Komm, Petterchen, spuck mir auf die Füße, dann siehst du, wie ich tanze. Alright. Liebe Kinder, guckt euch diesen Film nicht an. Ich finde es so bemerkenswert, es ist so cool, weil man richtig sieht, wie bei dir so ein Schalter umgelegt wird. Man sieht so ein, zack. Und dann, ich meine, man schätzt sich ja Voice Acting immer, oh, danke Niklas. Danke sehr. Ja, er heißt Niklas. Ich nehme auch eins für dich, oder? Ja. Ich finde das fantastisch zu sehen, wie man auch körperlich in diese Rolle gerät. So, was eigentlich selbstverständlich ist, wenn man das mal selbst gemacht hat. Aber wenn man es dann tatsächlich sieht, und deswegen kam ich auf deine Instagram-Geschichte, weil ich habe das geguckt, ich glaube, das war so ein Slide-Ding von fünf Dingern. Es macht so einen Spaß zu gucken, weil man auf einmal diesen Behind-the-Scenes-Moment hat. Man sieht, wie diese Person da gerade aus sich raus eine Stimme produziert, die so weit entfernt ist von dem, was man eigentlich ist. Und das ist das Geile am Synchron, dass man so drüber sein kann. Also so, wie ich gerade rumgehampelt habe, könnte ich ja niemals vor einer Kamera rumhampeln. Da wird mir jeder den Vogel zeigen, aber weil du eben sagst, das ist so aus mir raus. Ich meine, das ist vielleicht ein vierjähriges Kind, was ich spreche, oder ein fünf-, sechsjähriges. Und das ist das Geile, weil ich kann im Studio rumzappeln, wie ich möchte, und ich kann drüber sein, ohne dass man das spürt. Das macht halt ultra Spaß. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.